Unsere Veranstaltung gemeinsam gegen Rassismus und Faschismus heute wird den Jahrestag, den 27. Januar 1945 und damit den 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Buchenwald durch die Rote Armee thematisieren. Und ich möchte alle Rednerinnen und Redner, aber auch alle hier, die im Publikum der Veranstaltung folgen, deutlich bitten, keinerlei rassistische oder antisemitische Äußerungen zu geben. Und alle, die hiermit nicht einverstanden sind, möchte ich jetzt schon auffordern, die Veranstaltung zu verlassen. Ich bin gerade schon gefragt worden, warum wir die Veranstaltung hier machen und was dieser Eisenbahnwagon damit zu tun hat. Das ist vielleicht eine sehr gute Frage, denn das ist ein Original-Eisenwagen der Deutschen Reichsbahn. Und die Deutsche Reichsbahn war für die Deportationen im Dritten Reich zuständig. Und hat Millionen von Jüdinnen und Juden und Andersdenkende und Andersreligiöse und Anderspolitisch denkende Menschen in Konzentrationslager in ganz Europa transportiert. Auch bis zu uns in unsere Region, bis durch Lüneburg und auch in unser regionales Konzentrationslager Neungamme oder Bergen-Belsen, die wir in der Nähe haben. Deshalb ist es wichtig, an so einen Ort zu erinnern. Es finden aber heute auch noch weitere Gedenkveranstaltungen, zum Beispiel in der alten jüdischen Synagoge statt. Dazu kommen wir später. Und wenn ich jetzt schon so viel rede, in meiner Begrüßung möchte ich jetzt das Wort an die VVN-BDA übergeben. Entschuldigung, an die Geschichtswechsel übergeben, die uns auch noch mehr zum Ort des Geschehens hier erzählen wird. Ja, mein Name ist Wolf Beke, ich bin von der Geschichtswerkstatt. Wir werden uns allen hier zu diesem Waggon sagen. Der heutige Tag ist ein Tag des Protests, aber auch ein Tag des Gedenkens, wie Matthias das eben schon gedacht hat, gesagt hat. Lauter! Die Geschichtswerkstatt hat diesen Waggon der Deutschen Reichsbahn 2015 aufgestellt. Dieser Güterwaggon der Deutschen Reichsbahn erinnert an die Vernichtungsinfrastruktur während der Nazi-Diktatur. In solchen Waggons wurden Millionen von Menschen, die nicht in das verbrecherische Weltbild der Nazis passten, beziehungsweise aktiv gegen das Regime gekämpft haben, in die Verlichtungslager Auschwitz-Birkenau, Treblinka und andere deportiert und ermordet. Die Deutsche Reichsbahn sicherte aber auch die Versorgung anderer Lager mit Menschen, die dort die deutsche Kriegslandschaft am Laufen halten mussten und durch Arbeit schließlich vernichtet wurden. Dieser Waggon der Deutschen Reichsbahn erinnert aber auch an das größte Kriegsverbrechen, was in Lüneburg begangen worden ist. Was ist im April 1945 passiert? Mit dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte lösten die Nazis ihre KZ-Außenlager auf. Die Häftlinge wurden ins Landesinnere transportiert, sicherlich auch aus Grunde, damit die Alliierten, die Weltöffentlichkeit, die Spuren der Verbrechen der Nazis nicht sehen konnten. Einer dieser Transporte hat im April 1945 das Außenlager des KZs Neuen Gammel in Wilhelmshaven, die das KZ-Außenlager hieß Alter Banterweg, verlassen. 390 Häftlinge, vorwiegend Widerstandskämpfer aus Frankreich, aus Italien, aus Belgien, aus Jugoslawien, alle durch Hunger und Arbeit und Krankheit geschwächt, wurden in vier Sockwaggons, also 100 Menschen in einem Waggon, gefärscht. Sie wurden bewacht von einer Wehrmacht-Wachmannschaft, die von einem SS-Menschen, der Gustav Jebsen hieß, angeführt wurden. Auf diesem Transport herrschten unmenschliche Bedingungen. Die Enge führte dazu, dass die Menschen während des ganzen Transportes stehen mussten, sich überhaupt nicht rühren konnten. Der einzige Notdurfeimer im Waggon war unerreichbar. Es herrschte ein unbeschreiblicher Gestank. Unter den Qualen des Transportes, ohne Wasser und nur mit wenig trockenem Brot ausgestattet, musste jeder gegen den anderen kämpfen, um sein Überleben zu sichern. Von den 390 Häftlingen waren bereits 1972 den Strapazen des Transports zum Opfer gefallen, als der Zug zu einem Zwischenhalt am 7. April 1945 auf dem Lüneburger Rangierbahnhof zum Stehen kam. Aber dies war nicht das Ende des Materiums. An diesem Tag wurde um 13 Uhr Luftalarm gegeben. Die Häftlinge durften den Waggon allerdings nicht verlassen. Um 15 Uhr wurde der Lüneburger Bahnhof von amerikanischen Fliegern bombardiert. Auch die Waggons mit den Häftlingen wurden getroffen. In diesem unglaublichen Entferno wurden weitere 70 Häftlinge entweder Opfer des Bombardements oder von den Wachmannschaften bei der Flucht erschossen. Die Überlebenden flohen in alle Richtungen. Auf das Bahnhofsgelände, in die umliegenden Wälder oder auch in die Stadt Lüneburg. Die Lüneburger Bürger und Bürgerinnen haben natürlich diese Fluchtgänge miterlebt. Die Reaktionen reichten von aktiver Unterstützung oder Mithilfe bei der Suche nach den Entflohenen über demonstrative Untätigkeit, zum Beispiel vom Bahnpersonal oder von der Polizei, bis hin, und das muss auch gesagt werden, zu vereinzelten Hilfeleistungen von Lüneburgerinnen und Lüneburgern. Fast alle entflohenen Häftlinge wurden wieder eingefangen. Ein Teil der überlebenden Häftlinge wurde in das KZ-Bergen-Belsen auf Lastwagen deportiert. Die Verbliebenen wurden auf eine kleine Wiese auf dem Rangierbahnhof gebracht. Auf dieser Wiese harten die Menschen ohne Schutz gegen Wind und Wetter, ohne ausreichende Nahrung und unter ständiger Misshandlung durch das Wachpersonal vier Tage lang aus. Die, die fliegen wollten und mussten, wurden sofort geschossen. Am 11.04., also diese vier Tage später, begannen die Wachmannschaften unter der Führung des SS-Mannes Jebsen, die verbliebenen etwa 60 bis 80 Gefangenen zu erschießen. Ein Tag später wurden die Getöteten im Tiergarten verscharrt. Jebsen und die Wachmannschaften setzten sich nach Neuengamme ab. Jebsen selbst wurde später in Dänemark gefasst, zunächst vor einem Lüneburger Landesgericht zu lebenslanger Haft und in einem zweiten Prozess in Hamburg schließlich zum Tode vorurteilt und in 1947 hingerichtet. Insgesamt haben von den 390 Personen, die am 4. April 1945 den Viehwaggon Wilhelmshaven zum Abtransport eingefährcht wurden, unseres Wissens nur fünf Häftlinge überlebt. Drei wurden im Konzentrationslager Bergen-Belsen von den Dritten befreit, zwei überlebten hier in der Stadt Ünmeburg. Nach der Befreiung Lüneburgs durch die Alliierten ließ die britische Militärverwaltung die im Tiergarten verscharrten, ermordeten Menschen von ehemaligen Lüneburger Nazifunktionären auf den späteren Ehrenfriedhof im Tiergarten umwecken. Sechs Monate später, am 10. Oktober 1945, wurde dort durch eine offizielle Trauerfeuer für diese Opfer des Nationalsozialismus eine angemessene Ruhe und Gedenkstätte geschaffen. Sie wurden so auch der Anonymität der Massentötung entrissen, ihnen wurde auch ihr Name oder zumindest ihr Name zurückgegeben. Erinnerungen und Gedenken verfahren hasern nicht in der Vergangenheit. Sie sind vor allen Dingen ein Impuls und eine Hilfestellung dazu, gegenwärtige Ereignisse und Prozesse kritisch zu betrachten und einzugreifen, wenn faschistisches Denken und faschistisches Handeln wieder an die Oberfläche schwappt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus